Ein ganz wichtiger Tipp für einen flachen Bauch ist die richtige Milch, Leute. Denn die herkömmliche Kuhmilch bläht bei vielen Menschen den Bauch so auf, weil sie es nicht vertragen, können es aber nicht lassen. Und deswegen habe ich jahrelang rum experimentiert und im Moment ist meine Lieblingsmilch aus Cashewmilch. Und das geht so schnell und so einfach und das zeige ich euch jetzt. So, für meine Milch nehme ich 50 Gramm Cashewkerne und weiche die im Wasser ein. Ein, zwei Stunden reichen schon. Ich mache es gerne über Nacht. Und dann mache ich mir am nächsten Morgen zum Kaffee meine Milch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.